Jetzt kommt die Revenge, die Revenge des Todes gegen den Stein. Ich meine, an sich haben die eigentlich nicht schlecht gespielt, so die haben einen Huguto-Kombo gehabt, von denen. Ne, aber keine Ahnung, dieser N-Gage da oben eben, das war ja, das war ja, weiß ich nicht, untermenschlich. Die eigentlich für Elo. Wenn die gleichen sind, denke ich mal, Gold 4, oder? Ja, aber vom Solo-Krieg, guck mal hier, der... Asi ist z.B. Diya 3, Javan ist auch Diya 3, und ich bin es Platin 1. Naja, die spielen auch nicht wie Gold oder so, und nie im Leben. Keine Ahnung. Also alle höher als hätten. Genau. Muss man immer wieder erwähnen. Kein Problem, kann damit leben. Wurdest du schon mal von einem Bronze-Spieler ausgelacht, weil der höheres Elo-Sätze? Natürlich. Hab ich direkt gelöscht. Ooooooh. Kappa. Ich dachte eher in-game, also nicht von Leuten, die du auf der FL hast. Ne, macht er jetzt nicht. Nö, eigentlich nie. Ich muss mal invaden. Oh, es geht schon lange los, scheiße. Egal, was ist denn trotzdem invaden? Wie willst du denn bitte mitmachen? Ein invaden und ungeruht? Bin ich jetzt Toplaner oder ich bin Toplaner? Ja, du bist Toplan. Vor allem mit Morgana W und Mau Kai Q inwaden. Das wäre auch natürlich der Epic Invade. Na, Mau Kai Q ist doch voll gut zum invaden. Damit kannst du hier rumhauen, machst du mehr. Ne, gut. Ne, gut. Kann sogar wirklich gut sein. Aber ich darf dann nicht mit W starten. Das ist wirklich, glaube ich, so useless. Ja, wenn die ganze Zeit da drin stehen bleiben zu dritt, dann ist das gut. Ja, stimmt. Warum weiß ich das nämlich in Welten? Ne, doch nicht. Ach komm, Asia. Wieso muss Asia so'n, so'n, so'n Kackchamp sein? Der abfuckt. Mein Gegner hat keinen Flash mehr, ich hab keinen Nightmare und nicht die Base. Okay. Okay. Der pusht hier ohne Ender. Das heißt also, mein Gegner Jhin hat keinen einzigen Jumper, der hat null Escaping. Alles klar. Jojo, ich geh jetzt gleich direkt raus. Alter, das ist so... Mit Asia so'n OP, Mann. Ohne Witz. Hier ist nur Trap, ich löse mal kurz aus. Hier ist der Jarvan. WTF? Ist der Auto Attack Rangeman? Wollen wir auf Jarvan heißen? Ne, auf keinen Fall. Okay, der will das Ziel haben, ich werde dafür fighten. Macht, ich follow auf jeden Fall nicht. Kann nicht verloren. Geht einfach ab, Mann. Ne. Das gibt's noch nicht. Ehrlich, wie unlucky kann man sein? Jetzt ist meine Lane richtig hart verloren. Jetzt ist meine Lane richtig hart verloren. Holy fuck. Das ist so schon schweck genug gegen den. Weil der Champ so übelst abfuckt. War der hat genauso... Loll, der hat weniger farm als ich, weil der sich nur auf Poken konzentriert. Ist natürlich auch gehindert. Machst du keine... keine Witze machen, Justin? Was? Hättest du da gar keine Witze machen können? Hab ich doch. Irgendwo. Echt? Ja. Ich hab nicht das hier bekommen und ein Hit wär ja tot. Hätte ich halt unten Pressure gehabt. Gegen als hier kann man halt keine haben. Glaube ich. Tut irgendwie nicht wirklich. Ja, zumindest nicht möglich. Und das ist so heftig, wie krass stark der Champ ist. Oh, die Range. Keine Ahnung. Das ist... Das ist weiter als Catelyn so. Der hat eine höhere Auto-Attack-Range als Catelyn. Fragt euch. Nur seine Soldaten. Boah, das ist wieder da. Ja. Ich weiß nicht, wie ich dich verrecken werde. Na, was man meint. Kann ich helfen, wenn wir das beide kommen? Ja, ja. Okay, ich geh jetzt los. Ah, immer wieder unglaublich. Ah, hier ist Mist. Ah, hier ist Mist. Ah, hier ist hier. Und seht den. Also, ich spiele jedes Game irgendwie nur noch schlecht heute. Ist unglaublich. Kommt gar nicht drauf klar. Ja. Der, ähm, Yin hatte gehealt, ne? Ja. Dauert auch noch, bis der Flash hat also. Okay, ich geh base. Ich bin gleich 6. Oh, WTF. Zweck ist den aber gut da oben. Ich mein, Vukum ist auch ein ziemlich starker Champ geworden Was heißt geworden? Ich mein, immer noch Javan hat Flash draußen, der ist Top-Bank gewesen Hm, hab ich gesehen Also ich werd jetzt erstmal Top-Babysitten, ne? Also, weil da ist nicht wieder Freakins Ja Durfte passen Ja, weil jetzt meine Ulti verschwindet, damit der Javan nicht geht Ja, ja, das passt aber Wow Wow, wieso werd ich genug gehabt? Oh nein Hä, wieso werd ich genug gehabt? Hat der Black Shield, man Also hier keine Ulti, Javan keine Ulti So, ich geh mal, bock nie wieder zurück WTF? Ja, Digga, was? Kill nicht meine Mates hier, was ist mit dir los? Hat's nicht gelohnt für ihn? Ich glaub, der hätte dich bekommen so Aber ich wusste schon, dass der das macht, der stand da so deep Naja, der, der, der wollte mich wirklich, ey Okay Der war richtig heiß darauf Denkst du, ich mach ein bisschen Play, dann kommt mal OKP Ja Na, Outplayed einfach Von mal OK Ich komm von hinten hoch, ja? Von hinten Top-Leh Ja Nicht, dass das Ding ist da drunter hockt Okay, ich komm jetzt hoch Oh lol Oh lol Oh lol Nee, den Den, den Soldier Auto-Attack, den hat der nicht rausbekommen Also Das ist ja Das ist ja Allein dieser Soldier Auto-Attack Hat der so, so ungefähr so eine Kale Auto-Hütte-Range So kam mir das gerade vor Ja, der hat eine ziemlich hohe Range Was zur Hölle Ey, das ist, das ist heute nicht mein Tag, wirklich Ich glaub das nicht Das behindert, oder? Mal ganz im Ernst Du kannst ja gegen da nix machen, ne? Pass auf, äh, Asius das ist Du kannst über die Wall rüber Fuck Okay Okay, nice, nice Gönnst du dir einfach Ich mach bloß mal ne Camps und bin nicht Basements Also ich hoffe, das macht man richtiger Name wahr Ja Und du soll ich lieber BM sagen Ich sag lieber BM Also Max ist natürlich ständig so angesprochen Das ist halt so Fokussiert haben wir ein ganzes Leben auf League of Legends Die werden nicht mehr anders denken und ähm Da läuft das Max, dann weiß ich manchmal nicht, ob ich gemeint bin oder Der Heisenberg vielleicht, wie ich Camp Max heißt Genau Aber ich heiße ja auch Jackson Guck mal Du hast auch nen richtigen, ne? Ne, ich heiße, denk, mit Nachnamen Fahre noch mit sehen Boah geh kacken Ja Ich hab nen Solo-Kick gemacht Weil ich denn ne Ulti so krass gewollt hab Nein, 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 nein Du warst gerade aber zu viel gehypt Ähm, Jarvan top lane Oh, nice IQ Der hat kein Ulti, glaub ich Oha, der W war richtig krass Noi, schön Ich war richtig sick gespielt, ey Sips Ja, das sind doch die Wukong Das sind die Wukong-Mains, ne? Die verlieren das noch Ja, Mann Ja, nein, aber ich hab schon häufig gegen Javan gelanet Und ich hab mir gedacht, dass sie gleich wieder W abhaben Und sie in die Richtung schmeißen Deswegen hab ich W gedrückt und bin in die Gegenrichtung gebracht Das bin ich Nimmst du, wie die aufschossen? Logisch, ey Ja, also hier steht dann meine Pusse drin Der gibt da keine Facts Äh, der hat es hier genommen Ich komm jetzt von hinten Hier ist Jarvan Hier ist Jarvan Oh, mein Damage Boah, ich komm hier nicht durch Ja, der hat seine Wur Ich wollte einen schönen Triple Kill machen, ne? Ich hab's versaut Guten Tag Ich hatte wieder EQ ab Steht der da einfach drin Ich hatte meine Wurte so krass aufgeladen Fuck, man, hab ich ne Vision gehabt? Ich glaub mich sieht keiner Boah Nein, nein Das ist so retarded Diese ulti lastets Mein Tod war schon total unnötig Ich hab gedacht, er hat weniger Leben Aber durch den Hewut der so krass gehielt, genau Jetzt hab ich den Ja, ganz schön Gold gespeatet Passt, passt Die haben ja auch schon genug Gold gespeatet Ich muss ja fair behalten Ja, stimmt Wie sein Mikrofon, nur bis zum Abkacken ist es mal Das hört sich cool an So, jetzt fehlt mir 50 Gold Klasse Mann, Mann Okay Okay Mein Tower ist down Glaub ich Moment Der pusht nicht Kannst kommen hier? Bin noch ziemlich weit weg so Aber Aber Ich versuche mich so beeilen, dann immer so Ich dachte, ich sollte kommen und jetzt hinten machen Oh Ja, ich mein eigentlich Reisen Kommen wir noch weit? Klar Ja Darin hat keine Rücken Ich hab gleich Q Das gibt's nicht, wir haben gegeben schon wieder für mich Die wirken dich halt Ne, sorry, wir haben nicht meine eigentlich Justin Ja Ja, das stimmt Ja, okay Ich kann rufen Du tröstest dein Rücken Ich muss mal ein bisschen mehr fahren, ich reise, ich bin baited Oh nein Oh nein Der kann da so bescheuert escapen Hey, lass doch einmal deine Ulti schießen und geh nicht wieder direkt Ich hab dann meinen kleinen Teil Haha Der war gewirbt, ey Lol Lol What the fuck, die Outplays, ey Okay, wir machen auch ein Play Was machen? Ich hab gestion drin und wenn AC kommt, ist er RIP Ja Würde du dich? Ja Alter Nee Ich bin unterwegs Oh Gott Oh mein Gott Was? Ich hab noch drauf Ich hab aber kein Ulti, oder? Ja Nee, das ist so Ey, das ist so Es ist überhaupt noch mal wie viel Damage als hier drückt man Oh, der hat nur einen Erschoss Ich kann das Camp noch nehmen, wenn du willst Kann ich mein Camp noch haben, oder? Dein Camp? Nee, jetzt ich hab gar nicht einen Unser Camp Boah, ultiert der mich jetzt? Nee Boah, ist das auch close Boah, ist das auch close Hm, Art ist auch bei dir? Ja Na fuck, du wirst du das mal Ey, das kann nicht sein, oder? Wie kommt das denn? Boah Loil Hm, was ist das für ein Tag heute? Nee, 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 ich will zu dann Holy fuck, Alter Es ist wie ein Stalkar-Ginn, guck mal ob die items drin sind Du hast zwei items mit einem Ja, ich will nur wegen A-Sidenten Ich kann das mal weg Holy shit, ey, das ist richtig belastend Wieso kann der Art nicht einfach weggehen? Nein, er wusste, Zehen kommt, ich bleib hier Ich bin so useless as fuck, man holy shit und das gleiche Level weh der hat immer nur nur einen Nashos ich seh einfach nur Minimap, alles klar, BM geht rein und direkt zwei Sekunden später tot hallo ah getwackt alter der one on one got Morgana hier, was ist los? jetzt kommt wieder Javan, scheiße ich muss hier abfahren ach natürlich fliegen überall wieder Traps hier drin oder auch nicht ich komm ich komm ich hab ihn kann ich nicht mit meinem Q-Knockup aufhalten, wenn er sein macht? keine Ahnung wollen wir ihn holen? äh ne, doch ging hast du gesehen, Leute, warum geht es gerade nicht? gut nice komm, blind Q go fuck, geornt alter der weiß nicht, dass ich da bin ich hatte, ich hatte das Deck darf den drauf gehen? jup lauf ja nix lol, what the fuck lol mit Auto-Attack ha 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 kein Q und KS mit Auto ne, ich hab gedacht, dass dass der seine Lancer in Q jetzt hab ich den Q dahin gemacht go go, dieve, dieve sollte eine Prediction sein alter come on ey jetzt krieg ich schon wieder keinen Assist ne 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 soweit kommst du noch ich hab 6 jetzt haben wir halt immer noch nicht das Video, was du haben wolltest, ne? ach, das war doch, das ist doch toll hier das ist doch ein Runnings-Play ähm Bäm, willst du morgen mal ein bisschen weiterspüren? wenn wir morgen sind, ne? morgen ist Freitag den erstmal noch abfacken mal gucken warum nicht halt dann mal vernünftiger ohne da so reinzutrollen obwohl wir halt gewinnen, aber ich werde mich noch nicht lol ich werde mich noch nicht hauptsache lebe noch hauptsache lebe noch whatever, whatever whatever ich bin schon gut useless soll ich mal on top engagen? oder 200 lebe, aber mach mal mach mal hm, lol der heal nice ich hätte nicht mal meinen Ignite genutzt äh, der als wir lol hat seine Klon dann verignetet oh ich komm Digga, ich hab Hexbrinker jetzt kann mir nichts mehr passieren jetzt gehen wir all in das sagst du jetzt guck mal hier freundchen guck mal ich hab 157 Farben das ist wieder so ein Game oh ne ich hab auch nicht viel mehr ich hab 168 freundchen, ich hab Stacks das muss das muss an den Gegnern liegen du hast keine Stacks ja, das ist jungle ja, da gibt's gar keine Stacks den wird's probiert er schon zum fünften machen die für ein Game ja, das sind wir grad nicht gerast außer jetzt gerade aber er meint so du hast auch gar keine Stacks leuchtet doch gar nix einer erzählt auch so bei mir im äh Fitnessstudio ähm ja, boah ey ich hab letztens so ein Video von so einem Mädchen gesehen das ist neun Jahre alt und das macht seit zwölf Jahren Kampfsport aber der hat selbst nicht gerafft dass das gar nicht geht ok der endet aber schon ein bisschen rein oder? oh, get waked ha? ja, warum rennt du weg? der ist ein Spot mit dem oder so? der ist ein Pick-Cool, leider da ist ein Pick-Cool, leider oh, ich hab den Q betroffen haben wir das gesehen? wir bleiben ihn bis zur Endlichkeit ok, let's go weeeee Neu. Warum hat der zu mir nicht gesagt, dass ich... Kuba, darf ich die auflegen? Komm her, ich geh mich grad nach den Griff. Ich komm, ich komm. Ist ernsthaft? Ich dachte, der darf schon nicht mehr schießen. Ne, viermal. Kann ja. und der letzte hat der tut richtig weh und wenn du dein Klon machst, geht der durch, ne? ja ich mein schon, auch wenn ich meine Brille mache, geht er durch lol ok gönnst du dir, den Backport oh, es gibt auch noch den Backport ich kann mich, ich muss meinen Hexwinke verkaufen oh, der W-Lanz hat, jawoll ok haha Ach, come on. Minions, heute noch. Kann ich nachsoweit mal schreiben, warum die nicht aufgeben? Die gehen für Slade. Die können gewinnen. Die gehen für Slade, gegen Bukong Morgana. Richtig. Schreib mal bitte, ob die aufgeben. Ah, okay. Ne, Marie, nicht. Warst du gerade noch okay? Eine Sekunde später, ne, Marie. Okay, mein Damage reicht nicht aus. Mann, Asi, geht einfach nach Hause, Mann. Wir brauchen bald mal am besten beide Plätze. Ja, lang. Yo. Leute, was ist denn das? Der macht einfach Flash-Ulti. Dann weg, ne, nimm mal. Holy shit, die Dust-Time-Alter. Holy fuck. Warum lasst du mich eigentlich jedes Mal von Heisenberg weg? Da freut mich auch. Mach up. Das ist immer so. Im Mechtenleben würde ich auch nicht Heisenberg folgen. Er tritt nämlich in der Scheiße. Ja, und du hinterher. Die meinst ernst? Ey, ich sag's dir, die schwitzen so krass. Müssen wir aufpassen. No, wir gehen uns mal an die Busses-Lade-Game. Nein, die Schnauze. Nice. Schönen Fokus. Direkt tot, die hat kein bisschen was vom Mitte überleben. Ist sowieso unglaublich, wie die eigentlich nur mit Champs sich über Wasser halten. Also mit Alts hier, so. Am meisten. Haben die Spider gemacht? Ich denk mal, ja, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Na, einer von euch wird gleich mal die Plattform ein. Wir haben schon seit gefühlt zehn Minuten die Plattform in den Krieg. Braucht es nicht so gut. Dann nehmen wir gleich die Gegner-Plattform und dann... Und dann läuft das. So, heißen, wir kommen jetzt runter. Ich hab extra aus, alles ready. Okay, go. Ich hab auf Jhin gehen, warten wir. Fuck. Wir müssen mit crazy einfach auf Jhin entgehen. Okay, das ist umgelandet, ich geh drauf. Jetzt mal nichts. Na, die ist halt auch so schnell. Die haben halt einfach Spider. Und Alts hier wird richtig stark irgendwann, ne? Da müssen wir aufpassen. Ja, wir machen uns finish durch. Also Alts hier wird wirklich übel. Der skaliert richtig krass. Hier oben. Stimmt. Oh mein Gott. Was war das mit Tryard? Klappbar. Komm, kommt das Respektor auch nochmal. Nice, wir haben gewonnen. Ich kann's nicht glauben. Ihr bei ihm müsst ihr schreiben. Wie war das mit FF? Das wär's zu krass. BAM ist doch okay. Okay, goodbye. Also du stehst wirklich zu deinem Namen. Mein Name steht gar nicht für Badmänner. Okay. Ist vor einem Jahr, was ich nicht nahe, dass BAM für Badmänner steht. Nein, nice. Ja, wir haben die doch gedive. Was redet ihr von der Scheiße? Jetzt bin ich auch verwirrt. Kommt, die Schin kennen wir nochmal. Okay. Ja, nein, nicht nur bei FF. Ich geh einfach finish. Da geht der für finish. mann 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 das waren wieder games heute das ist ja und da kennst du dann bestimmt die orks oder ja kenn ich wie heißt der helfer den orks das ist zu lange her der sich unsichtbar machen kann ich hab's gespiegelt mit dein name jetzt bin ich verwirrt blademaster der wird immer wm abgegübt erinnerst du dich drin gehauen